Ich will immer klar an ihrem Wahlprogramm Stuttgart, dass wir auch für eine Trennung von Kirscher Staat sind, aber am Respekt, am Respekt von den Religionen und noch für und allem an der katholischen Kirche, die aber an dieser Geschichte eine wichtige Rolle gespielt haben, an die Werte, die in unserer Gesellschaft gelebt haben, sind, dass es nicht ob, den Christentum zurückzuführen. Die Regierung möchte, dass es keine Trennung von Kirscher Staat gibt, sondern einfach ein Kreuz zur katholischen Kirche. Die Regierung will am Anfang, gegenüber allem, was sie sieht, am liebsten katholischen Kirchen, das wird letztendlich gesagt, für sie machen. Das gesagt wird am besten dadurch, dass der Innenminister der Kirche immer gesagt hat, das Problem, den sie haben, hat, dass wir das Kirche, das Bistum mit der Kirchefabrik nicht von eins gehen. Aber wenn die sich von eins gehen, dann wird das Problem gelesen. Sie sind nicht sich aber eins gehen, wenn sie hier nebenbei mit der Lesung auferstanden. Das ist also ganz klar, dass er an einem echten Vers den Disput zwischen dem Bistum an dem Siffel der Kirchefabrik geholfen hat, als Argument für seine Kreuz zurück in Kirchen zu feiern. Aber wie er den ankobisch getroffen hat, er müsste das Gesicht weisen, weil er hier auch nicht mehr dumm an den Dachau. Es kann nicht sein, dass er über die Kirchefabrik, die sich als wertvoll, für enorme Benevolaten betragen hat, wo so viele Aktivitäten waren, dass das einfach über Dekret über Gesetz aufgeschafft wird. Er hat das Land gespickt an eine Regierung, als dafür ein Land zu verähnchen und nicht zu sprechen. Aber wir geben dafür wirklich, dass nach Zeit ein warmen Appell und Regierungsrischen soll man dort die Politik abhalten. Sie soll sich wirklich auch mit dem Siffel zusammensetzen, wo der Innenminister immer refusiert wird, für sich mit dem Siffel zusammensetzen. Und gelungenerweise, wie die zuständige Schamberkommission, sowohl der Bistum, wie der Siffel, ob eine Interview an die Schamberkommission erviteriert wird, da war es beim Mal den Innenminister an der Schamberkommission abgetaucht. Von Öst und Frau abgeworfen, was er da gibt, machen. Weil wenn die Schamber erviteriert, dann schweizt die Schamber gerne mit einer Vertretung, und da brauchen wir keinen Minister dabei. Der Minister hat joholang wieder Zeit, für ihn an denen zu suchen zu kommen, und hat immer refusiert, für ihn an den Siffel zu suchen. Und dann inviteriert die Schamber, der Siffel, und da könnte er, also jetzt ist er bei den Deutschen dabei. Das hat dann so weit gefolgt an der Kommission, dass der Minister sich bei mir, mit dem Minister Nürfen, an seiner Wegoen, an dem ich ihm gesagt habe, wenn Herr German Siffel schweizt, da soll ein Dat machen, an dem daten Sie, inviteriert. Und wir versuchen heute, wir machen einen Appell an die Regierung, dass es sich wirklich so weit im Siffel zusammensetzen soll, dass es nicht so lange spalten, wir sollten eine Lesung kriegen, die auch wirklich am Interesse von der Kirche ist. Dann haben wir eine Trennung von der Kirche in der Stadt, und dass es nicht unter der Regierung sich intern an die Organisationen für eine Kirche an zu mischen, dass es längst die Kirche zu decideren wird. Vielen Dank.